hey ho leute was geht mein name ist eric herzlich willkommen zurück zu dem minecraft projekt dings bums mit mehr weisen wieder die anderen bobbos von unserem team und so ist aber scheid musik ist gerade wieder mega laut so ja magst du kannst auch hallo sagen wenn du lust hast hallo danke ich kenne die spinnen da hinten ja ok ja wir haben aufgehört wo haben wir aufgehört ich war gerade beim haus bauen wo die anderen was die anderen gerade machen keine ahnung ich habe ob die feine noch nicht drauf gemacht weil ich weiß nicht wie denn ach ja ob die feine noch gar nicht beide 172 da wozu mich letztens voll scheiße erzählt also es ist jetzt in der letzten aufnahme hat er nämlich gesagt ja funktioniert doch alles und so hatten mit der falschen version gespielt haben aber irgendwie jetzt geht es nicht mehr ich brauche cola scheiße hast du kohlemod zufällig was mir vielleicht bohren könntest du allein könntest also wie viel wort du denn können wir noch kurz pennen gehen ja wenn du danach wieder verschwindest ja ja ich bin bin ich bin in meinem gebiet haben ich bin im bett wenn was nur da kraft mal abbauen auf ja praktisch leider nicht so ja okay wir können nicht schlafen übrigens eric war jetzt noch mal in seiner nähe die muss erst mal ja okay dann fick auf schaffen nein nein das kann ich dann planieren ja denn sagt beschreibende fettig sind wo kann ich die co denn war der riss fällt mir gerade ein oder kommen ich mich rein oder wo denn noch hatte ich nicht schon irgendwo hatte ich habe wirklich erst körper war okay liegst du richtig noch nicht in die warte ich meine macht leuchtig jetzt wo er ist wieder aufgestanden kannst du schlafen warum kann maxi bitte schlafen habe ich nicht vielleicht ist er das monster jetzt kann ich nicht mehr schlafen nein man scherz wo bist du denn moritz hast du mir was mit dem holz ich will es wissen wollen wir treffen vielleicht dass wir wissen warum ich weiß nicht wo du bist weil du siehst du den brechen wo der große berg ist den wir von unserer höhe aus gesehen haben oh hier ist wieder witz war der kurz nur kurz abhauen ich habe keinen bock mich mit den großen berg sich da musst du erst mal hin in welche richtung denn vom eingang ich sehe nicht für irgendwie lohn okay ich denke dass es der ist da schnee und weil wenn du da bist musst du nach dem großen platteau gucken ist dabei direkt an hier man kann eigentlich nicht übersehen rechts auf die weiter vom berg rechts weiter vom berg alter voll weit aber der berg sieht ziemlich geil aus kann man schon mal so ja max herzlichen glückwunsch hat mich aber nicht getroffen so plateau was soll ich denn dann bauen ach da ich baue jetzt hier oder wo bist du denn hier von meinem berg oder auch mehr und spaß wie meine chance für spät ist land okay beim plateau bist du mich zufällig schon lieber also noch bei dem moment mal das kennecke noch kurz was willst du hier mal meine froh da was willst du denn hier oder creeper sooo wenn du jetzt explodieren lässt dann bist du hier niemals alter ich glaube ich werde nicht mehr zu meiner hütte zurückfinden ja komm her eine kuh fleisch wenn ich weg und leder mach ich würde dir raten nicht noch mal hast du schon terraforming betrieben ja war wo bist du schon da weiß ich nicht aber hast du schon was gebaut ich meine ich habe nur keine hütte wo ich halt die nacht immer drin verbringe ja okay das hat weiß hat mir gelingt okay dann bin ich hier noch falsch glaube ich weil hier ist noch keine kleine hütte aber ich habe ich habe schon kohle hoffen ich bin mir aber halt auch gar nicht sicher ob du weißt was ein plateau ist naja ich denke mal schon aber hier ist gerade in der oberfläche cool also ist kein problem ja hier baue ich jetzt direkt bei morris baue ich jetzt das ist sehr schön max wenn du dann dran bist max dann ist mein erstes pro locker werden jetzt noch nicht jetzt noch nicht jetzt noch nicht mal ich will erst fächer mitbauen und selbst dann nicht dann würde ich nachher auch wenn ich fertig bin mitbauen was bei mir dauert aber gleich jetzt wird man durch auch mal ein bisschen so kohle ich will aber erst mal die ersten vier türme auf jeden fall die ecken machen und spaß weil ich hab ich würde ja sagen es ist da aber da ist nichts drauf aber warte mal ich gehe jetzt mal auf den nächsten punkt den ich verabschiede vielleicht drauf kommen eric ist es da in der nähe wo ich stand ja okay dann hat er nämlich genau in die falsche richtung weil ich bin rechts angegangen und dann ist es links von mir war es immer recht okay da ist noch kohle aber ich glaube ich brauche fast keine kohle mehr wenn ich denn da bin ja ich bin hier noch unten am berg aber jetzt eine höhle habe ich jetzt noch rein zu gehen gerade alter wie es ein kohle ist ja okay okay muss ich brauche keine kohle mehr jetzt was ich gesagt habe ich in der namen habs guck mal nach oben und dann nach rechts von dir aus gesehen glaube ich warum es mir eine ehrtöte auch eric schreiben ja ist mir gerade ein bisschen schlecht ja ich werde ihm darauf auch nicht antworten ich musste herr unbedingt ich bin heute mein bruder allein nein er wird sagen ich kann dir würde ich sagen hast du heute zeit bin heute mein bruder allein nein direkt das war viel zu lange das ist sommer in meinem kütz heiße angelegenheit das habe ich bekommen weil ich unseren alten rufen mitgenommen ach da bist du okay du hast mich wirklich genau auf die falsche seite geführt ich werde fast runter gesprungen eine truhe da noch erstmal hier braucht man ist noch ein bisschen ledermolz oder so schade eigentlich schade schokolade aber da ist eine kur die wir sofort gefickt auch eric aber bitte nicht alt in den umgebungswürgen beispiel die zum dem also hier zum ja aber ich glaube die spawnen neu das ist glaube ich ich glaube das haben die gemacht so wird man dass sie noch ein bisschen hier feld machen wir ich habe noch keinen obwohl ich habe gerade mal zwei sind scheiße oder so gehen wir gleich mal wieder zurück also ich hab vielleicht mal die uhr wieder anmachen wird man habe ich nicht zwischen ach ja ja und was macht ihr so bei der video bauen die nahrung habe und ein bisschen für den boden fällt mir gerade ein das ist ein problem das war das ist eine kuh ich brauche kuh ich brauche leder schon dass wir dann 35.000 stunden laufen müssen was müssen wir irgendwann mal zu kommen jetzt noch ja kann es sein weniger hunger kriegt irgendwie ich bin so der vom mikrofon weg fällt mir gerade ein scheiße so den bomb aber jetzt noch fertig und dann geht es los den klopfen wir noch mit hand zu ende los meine damen wachs ja das kam etwas eklig ich finde dieses loch hier voll aus ein strafschlag vom pannischer junge egal nicht ich kann nicht voll wie taten zu meinem haus springen ich finde ich für geil wenn ihr mal was gebaut ich muss erstmal diamanten na ja max fängt nicht an zum bau max oder die ersten diamanten wenn das braucht bitte noch erst mal die fläche zu ende und ich gehe dann auch erst mal meinen weil ich dann doch erst mal überhaupt wenn er das stelle bekommen die ich brauche mein gott reichen drei überhaupt für irgendwas ne war scheiße die rickste ist hier vielleicht bin ich irgendwo noch eine fickku fünf für den helmen außer fünf in hellen und das ist doch kacke sieben für die hose und acht die die macht man eigentlich aus glas glas scheiben wie war das ja so die unter den beinen reinen ausbildende glas machen wir hier schon mal ein bisschen nein wo das wein zu viel da wird schon nacht oder was schlafen dürfen schlafen zu gehen ich will ich kann nicht machen ich mir war er war der kinsicht und ich will es noch kurz mein boden nein ericke weiter schlafen wir als ich kriege in welcher nicht auch wartet während der letzte wir haben problem der die 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 nein zu langsam noch kurz und zweiten ofen